Hi Leute, ich bin diesmal wieder zurück und im besseren HD, äh, ja, wie ihr seht, ich hab Pilze, ich hab Pilze, ich hab Pilze, es bleibt ja, aber jetzt muss er noch drauf gehen, äh, Leute, ich glaub, das ist schon ein Geschenk, um euch einfach so 10 Euro zu geben, also, bitte dafür, also, ich glaub, nur Abonnenten kriegen einen Account, also, wenn ihr euch noch nicht, also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann bitte, jetzt, ich hab's besser, und dann, ich glaub, bis zu Ende der Woche sind die schon, ja, zockbereit und gutes Level, wie sieht's denn hier aus, oh, wie sieht's denn da aus, ich hab nur noch was, so, okay, also, Leute, bitte, okay, wenn, wenn es echt noch irgendwelche Probleme gäbe, gebt mir einfach so eine Account zurück und ich hol euch einen neuen, aber dann, halt mal sehen, wie viele Pilze ihr schon ausgegeben habt, ja, weil ich hab jetzt überprüft, dass, dass es echt ist, also, bitte benutzt mich nicht, ihr könnt, ihr kriegt ja auch, wenn ihr, ja, wenn ihr einfach einen halben Schritt mitmachen, einfach, und das werd ich auch mehr als normal machen, also, wenn ihr diesmal nicht gewinnt, nicht aufgeben, einfach, abonniert bleiben, und, wer weiß, glänzt ja das nächste Mal, ähm, jo, also, ich hab mir schon zwei Accounts gebracht, The Royal Cast Justin, The Royal Cast James, ja, sorry, wenn ihr den Namen nicht mögt, dann, dann müsst ihr halt mir nächstes Mal in den Kommentar schreiben, aber, jo, also, sagt bitte, wenn ihr was kauft, und, ciao! 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 Und, ciao!